Land Maus und Stadt Maus. Emily, die praktisch veranlagte Land Maus, und ihr Cousin Alexander, die weltgewandte Stadt Maus, besuchen auf ihren Reisen liebenswerte Verwandte und gute Freunde auf der ganzen Welt. Willkommen im Weißen Haus. Es ist ja so schön, dich wiederzusehen. Bist du ja endlich. Wie schön. Aber wo ist Alexander? Ich fliege. Wo ist das schön, euch wiederzusehen? Aber auf jeder Reise warten die aufregendsten Abenteuer auf sie. Schießt auf, ach du lieber Himmel! Haltet euch daran fest! Oh Gott! Wir müssen Emily retten! Land Maus und Stadt Maus. Hurra, der Stadt! Ich kann's kaum erwarten, mir das anzusehen. Jetzt auch auf DVD erhältlich. Und du bist es wieder da. Vielen Dank.